Es ist alles, aber es ist immer ein vegetarierer. Es ist immer eine körperliche Wärme, dass ich zu schnell schwach werde und meine Arbeitsfähigkeit beschränkt ist. Da habe ich angefangen, portionsweise auch Fleisch zu mir zu nehmen, obwohl ich überzeugt bin vom Vegetarismus. Ich habe somit mehr Energie gehabt. Nell. Allora, a un certo punto lui ha sentito che gli mancava forza. E questa forza, sì, lo impediva di lavorare al 100%. L'impediva di mettere tutta la sua volontà, di trasformarla in forza e di lavorare con loro. Per questo lui è incominciato poi pure, siccome è necessario lì perché non c'è, non ci sono piante, ci sono solo animali da mangiare. er hat nur ein wenig in kleinen Porzioni genommen um die Arbeit zu verletzten um zu arbeiten ich meine ich habe mehr Energie gehabt was die Körperwärme betrifft eindeutig habe ich das erlebt aber nicht als Kraft ich habe gesehen dass das Fleisch mir irgendwo auch schadet und das habe ich wirklich bewusst erlebt gedanklich her, die Konzentration und im Schlafen und so ich habe schlechter geschlafen aber ich bin wärmer geblieben diese Knie le hat auch sehr zu bleiben in dem freden zu bleiben aber sie hat nicht in den Gedanken oder anzi hat das anders sie hat nicht guter Gedanken sie konnte nicht gut sein sie hat viele Vorteile dank der Knie Ascolta Berner la domanda que ti faccio ultima quali sono i tuoi progetti futuri die letzte Frage ist was sind deine Zukunftsprojekte ich bleibe dran an dieser guten Beziehung zu den Eskimos zu den Inuits weil offiziell sind sie ja Inuits sie wollen nicht mehr Eskimo genannt werden aber das ist ein anderes Thema die viele haben damit kein Problem nur uns wird es halt so gesagt ich plane weiterhin mich für sie einzusetzen und sie zu bilden im Glauben und in der Wahrheit der Bibel ihnen die gewisse Wahrheit der Bibel ganz intensiv einzuprägen durch mein beispielhaftes Leben aber auch durch das was ich im Gespräch mit ihnen worüber ich mich mit ihnen unterhalte Sì io cerco di stare in questo contatto con questi Eskimesi con questo popolo dei Inuits sì cerco di stare in contatto con loro di ammaestrarli nella Bibbia di insegnarli quello che dice la Bibbia tramite il mio esempio e tramite anche le sì le nostre discussioni che abbiamo con queste persone sempre bibliche sì rimango si in contatto con queste persone quindi la tua missione continua ancora Ich bin jetzt am Überlegen bald hinzureisen, noch ein bisschen unsicher wann genau, weil der Winter jetzt stark im Gange ist und ich ein bisschen Respekt habe, mitten in den Winter hineinzugehen. Ja, in diesen drei Jahren ist er da, oder arbeitet hier als missionarier, hat er eine kleine Kassette und in dieser Kassette ist er. Und in dieser Kassette ist er, in dieser Kassette ist er, von hier in Deutschland, in Iglulich, in dieser Kassette, wo er steht. Ja, das ist er, in dieser Kassette ist er. Und jetzt ist er nur noch ein Moment richtig, um wieder zu kommen, weil der Winter dort ist sehr fredd, sehr gefährlich. Wir glauben, sehr frisch. Ja, und hat viel Respekt gegen diesen Winter. Und er ist noch immer noch ein Moment richtig, aber er schaut weiter, um wieder zu kommen, in dieser Kassette zu kommen. Ich fühle, dass ich bald weg muss, dass ich bald zu werden muss. Ich kriege manchmal e-mails, wir vermissen dich, unser Freund, oder wann kommst du wieder, wir warten auf dich. Ich glaube, wir bleiben hier. Ich glaube, wir bleiben hier. Ich glaube, wir bleiben hier. Und hier bist du in Kontakt mit diesem Volk. Haben die auch Internet? Die haben mittlerweile Internet. Ja, das ist ja nicht. Der Staat hat sie in Dörfern zusammen, sagen wir mal, zusammengefärgt, weil sie waren ja überall verstreut. Jetzt leben sie in kleinen Städtchen. Diese Städtchen sind mitten in der Arktis. Tausende Kilometer zwischen den Städtchen, nur Schnee und Eis. Und sie haben aber modernste Technik. Ja. 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 iver her. Goberنker und zu www.televive.org